das war Absturz Brötig, brötig Was, du hast Brot gebacken? Oh, Mai-Chan, du bist echt voll der schöne Bäcker Voll der Kriegsbäcker Ich backe Brot Ich backe Brot Backe, backe, Kuchen, deine Mutter Nein, ich kuchenbrot ist was 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 Kriegsbäcker Bäckor schreibt man aber auch so wie man es ausspricht, oder? Kriegsbäcker, ja Kriegsbäcker Kriegsbäcker Kriegsbäckor Ne? Ries hat es verdient Er ist schon wieder gestorben, wir müssen jetzt eigentlich leften Schreib ihn doch mal, left doch endlich Ne, schreib es nicht Schreib doch endlich, ich sag es nicht Ich habe es über einen Stack Keys abgebaut und habe nur 5 Flint rausgekriegt Ich nicht, ich nicht Ich flam's grad Flint, Alter, ganz ehrlich Ich hab 8 Flint, ich hab 8 Flint, bin ich jetzt auch cool? Äh, nein Fuck Nein Ja ihr müsst, ich kann auch nur einer sagen, es reicht schon, ne? Okay, ey Nö Penner, ey Ne, ne, ne 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 Ne, ne Das ist sonst zu blöd Wir haben jetzt Schall Ja Ah, wusstet ihr schon, dass wenn man ne Glücksspitzhacke auf Kies anbietet, man immer Kies raus, äh, nicht kein Kies rauskriegt, sondern immer Flint Wusst ich Ja, ich mach schon mal schluss Oder ich baue mir ein Haus oder zwei Türen, die nichts bringen Ey, Can, was hat deine Freundin nochmal gesagt zu der Sache? Was denn? Sie baut sich rein Du weißt ganz genau was Was denn? Ich weiß nicht, was du meinst Boah, ich schick dir an, ne, das Message siehst du ja, nimmst dir auf Ne Wo kommt denn der Scheiß Creeper her? Du hast doch deiner Freundin erzählt, dass du Was denn? Ja, erzähl mal Na, Can Ich weiß nicht, was du meinst Doch LOL Wir wollten, wir wollten doch zu dir kommen LOL Und ich bin Wir wollten doch zu dir kommen, ne Can Ah, Zoom Can Oh, Gott, ich hab mir gerade in die Hose geküsst Can Ja, wollt ihr? Wir wollten doch zu dir kommen und da wollten wir doch auch... Du wollten doch unsere anderen auch ne Sache machen Gruppensex Treffer Ah, ne, du wolltest mich heiraten Dann Dann Keine Ahnung, schreib's, äh, schreib's mit per WhatsApp, ich weiß nicht, was du meinst Wir wollten doch ne Sache machen, auch Er versucht's gerade zu verneinen, merkst du's nicht? Boah, Kalle, du bist so... Ja, okay, ich schick dir noch WhatsApp-Nachricht So undurchtrieben Protekte mich mal kurz Ja, ich weiß ja nicht mal, wo du bist Nudel Fuck Sag an Kalle Ab Ach sooo, ich musste mich auch mal melden Ja, 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 ja Okay, was hat deine Freundin dazu gesagt? Nochmal Keine Ahnung, das ist die Erfahrung noch später machen können Sex? Kann man nicht Kann man nicht? Ja Nö Ich muss nur sagen, was ich schreibe, Entschuldigung Annalstags mit dicken Tieren Weil ich fies bin Dicken Tieren? Mh 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 Ich hab mal dein Pferd in mein Haus gelockt und was ein bisschen... Richtig in meinen reingemacht, Alter. Richtig tief. Ja, du kannst es gerne machen, John. Ich verfolge jetzt einfach den Rest der Folge Nils. Okay. Oh, das ist so verlockend. Mach es doch einfach. Wenn er jetzt wieder einen Galgen baut, ey, ich hole mein Feuerzeug. Und wenn es dann überspreadet, bin ich nicht schuld. Überspreadet. Bei Spreadshot? Der war jetzt nicht so gut. Boah, Alter. Alter, Galle. Was ist halt los mit mir? Was ist halt los mit mir? Du hast gerade echt so Julian-Niveau, gell? Also, ich würde da schon aufpassen. Also, es geht zwar noch tiefer, aber es ist schon ziemlich, ziemlich weit unten. Sprich, Julian-Niveau. Genau. Gleich meldet sich einer. Das verfürchte ich auch. Ich weiß nur nicht mehr, wer. Oh, er baut einen Galgen. Die wurden von der Taschenschutzgesellschaft gewarnt. Barmer Bus. Ist durch Zufall entstanden. Genau, die Barmer Bus-Gesellschaft. Barmer Taschenbus-Gesellschaft. Taschenbus-Gesellschaft, genau. Die Barmer Bus-Gesellschaft ist scheiße. Wir machen jetzt die Taschenbus-Gesellschaft. Also, die T-B-G. T-B-G. Es hat Flow. T-B-B-G. Die Taschenbus-Gesellschaft. Das ist mein Clan. Den hab ich zensiert. Zensiert. Den hab ich zensiert, Alter. Ich hab den zensiert, Alter. Den hab ich zensiert, Alter. Hunger? Cando's Haus sieht scheiße aus, ganz ehrlich. Oder komm mal wieder her. Nee, nicht ich. Mein Haus, verdammt. Cando siehst scheiße aus. Nee, ich mein. Mein Haus, mein Haus. Warum? Es ist noch nicht fertig, aber jetzt siehst du scheiße aus. In der Mittelhofer Straße. Und sonst so, Niko? Niko? Niko. Bei mir läuft alles. Flüssig. Flüssig mit 60 Frames. Also, ich hab grad... Nee, Kalle, nein, schreib's nicht. Nein. Okay, dann mach ich's nicht. Oh! Oh! Cian? Kalle? Komm her. Okay. Es gibt was vorhin zu lesen. Ich will auch. Was Schönes zu lesen. Kalle, komm zu mir. Ich will auch. Hallo. Du kannst auch herkommen, aber... Es wird dich eher... Es wird gleich die anderen mehr interessieren. Weil ich glaube, er hat offiziell... Ein... Daniels hat offiziell was gebaut, was echt schön ist. Es hat nämlich so drei Fakten. Ohren innen sind sich die echt... Das war auf... Das ist von Level... Unter... Minus... 100... Auf... Über 9000 anhebt, weil es hat unsere drei Namen. Okay, komm. Einfach herkommen, dann seh ich... Seht ihr es. Es müssen wir aber noch 10 Minuten schaffen, weil sonst haben wir praktisch... Ein Penis. Wird es auch von 9000? Sagste? Nein, kein Penis. Zwei. Oh Mann, das hat mich schon gefreut. Zwei. Ich kann auch noch schnell einen Penis bauen, aber ich habe gerade keine Steine da, also muss ich kurz... Zwei. Moment, ich baue kurz einen Dreckspenis. Okay. Einen Penis... Dreck! Zwei Penisse. Cardi, komm. Boah, Kalle, ernsthaft? Alter, was geht bei dir heute? Guck mal, mein Pferd hat gekackt. Bist du in A-A-Köppel. Gesehen? Das schon. Die A-A war übrigens rot. Die A-A war rot. Ja, ich meine, bis die rote Köppel. Oh, ich brauche Holz. Bist du in A-Bloot-Köppel. Beste Message ever, Alter. Kalle, schreib es auf. Was denn? Guck mal, Alter, mein Pferd hat gekackt. Auch Holz oder ein Schild. Bist du in A-A? Bist du in A-A? Warte, ein bisschen rotes A-A-Köppel. Der hat nirgendwo ein Schild übrig. Hey, Kalle, guck mal. Okay, wir sind gleich bei dir. Rotes Redstone. Hey, Kalle, guck mal, mein Pferd hat gekackt. Hey, Jan, ich könnte ihn noch ein paar Mal bringen, ne? Hier oben. Das hier ist der Penis für dich, Jan. Ja, geil. Und das hier ist das tolle Online-Saus. Andi, Spaß, Dich, Jan, Alex, Skepta. Fuck you. Wir warten jetzt, bis Dings zu bekommen. Warte, hast du Lust, dass du verbrennst? Hast du Lust, dass du verbrennst? Bitte, verbrenn es. Das da, das da, das da. Das da unten. Was? Ja, den Loot da unten. Den Loot da unten. Verbrenn den einfach kurz. Okay. Kurz und knapp. Ne, warte, scheiße. Nein, ich hab mich angebrannt. Diese Gewalt in Videospielen. Keine Liebe. Aber nix kaputt brennen. Ich bin jetzt dafür, dass wir hier jetzt ein bisschen das Holz abschlagen und diesen Galgen verbrennen. Warte. Okay, dann lass hier mal, geh mal weg, Dajan. Dann lass hier mal wegbauen. Weil ich will nicht, dass er ein Haus anbrennt, weil das wäre zu vieles gut. Aber der Galgen, ich hab ihn, was den Galgen angeht, hab ich gewarnt. Mein Pferd. Ich frag mich grad selber, ob ich das hätte anders bauen sollen. Weil das ein wenig schimmelig ansieht, aussieht. Das hat so schlabber, schlabber Ei. Sieht schön aus, oder? Oh, ich wünschte, ich könnte den Feuer teleportieren. Ich würde ihn so gerne in das Feuer teleportieren, Alter. Jetzt ist es ein Penis. Loll. Die XP-Dinger, die kommen erst durch, wenn man weggeht. Welche XP-Dinger? Die XP-Kügelchen. Achso, cool. Warte, ich komm auch gleich mal zu dir. Falls das Lied noch jemand kennt. Ja, ja. Da fehlen Marshmallows. Ja, aber wirklich. Das stimmt. Ihr passt auf, dass ich hier nicht seine Brude abfacke, weil das will ich wirklich nicht. Weil das wäre unfair. Boah, Alex, sei doch nicht so fies. Was? Sag doch nicht so fief. Sei doch nicht so böse. Sei doch nicht so fief. No. Seid ihr, also ohne Wetzel, eure Wetzel werden immer thiefer. Ey, nicht, dass ihr jetzt zu uns geht. Wie getieft. John, du weißt Bescheid. Wir gehen erst dahin. Unter unseren Pferden. Ne. Halt, dein Bett aufbau noch, Herrsch. Das ist der Tag nach unten hier, aber der weckt mich so auf. Hm. Da vorne ist er, okay. Er geht zu uns, er geht zu uns. Warte, warte. Wir killen den nicht, okay? Oh, ich hab nur Schoko-Hasen. Ich will nur wissen, was er macht. Wir gucken, wo er hingeht. Wir killen ihn nicht. Alter, ich hab heute so ein ganzes hieseliges... Oh, lol. Das wollte ich nicht. Er dürfte nichts bei daheim spawnen, weil ich sein Bett abgebaut habe. Oh, Mann, oh. Warte mal, wo ist denn noch bei der Spawn? Schreib bitte Mädchen in den Chat. Tu es. Tu es für mich. Bitte. So, und jetzt schreibt ihr Twitter. Mensch, hier. So, deine Sachen sind verbrannt. Das sind, äh, das ist übrigens... Jetzt schreibt ihr, Jan stinkt richtig hart nach... Nein. Gut. Feigst. Okay. Okay. Okay, wo ist denn, wo ist denn der Mogo? Ich bin voll der Diktator. Wo ist denn, Nils? Ach, da, okay, ich seh'n, ich seh'n. Was Wörter angeht. So. Boah, Junge, das lag so hart. Ich hoffe, ihr habt richtig geschrieben. Ja, so schreibt man, Jan. Was? Alter, Kalle, was machst du denn? Ich gehör', Jan. Warum schlägst du ihn eigentlich die ganze Zeit? So voll langweilig, voila. Also, ihr hattet ihn gerade am Spawn fest. Ja. Ähm, Nego, wollte mitkommen. Mal gucken, wie's bei dir so aussieht. Achso, ja, geh' runter. Zeig' mal kurz bei dir. Geh' runter. Also, komm mal kurz mit. Ja, komm mit. Ja, sofort, ich muss noch Zeug in die Kiste. Äh, wo rät Nils hin? Komm, Kalle. Bitte? Wo rät Nils hin? Nils ist am Spawn. Achso, also genau, da komme ich hier gerade hin. Das ist gut. Böse ihr seid. Der will wie alle wissen, der hat's verdient. Okay, der will hier irgendwas bauen. Ihr Lausbuben. Ah, da. Will der hier bauen. Warum kann ich das nicht abbauen? Ach, weil hier Spawn Protection ist. Hier Spawn Protection, der will hier irgendwas, irgendeine Scheiße hinbauen. Der schreibt hier was hin. Ernsthaft. Kraft. Ohne Witz. Dress einfach nicht, was bin ich für ein Scheiß-Schütze, Alter? Der schreibt da was hin gegen uns. Nico, was soll der Scheiß-Schütze, eine Spawn Protection, wo man sich abbauen kann. Schreibt der was hin. Wer schreibt denn der hin? Ich weiß es nicht. Nico, ich bin zu unficht dafür. Was? Ich bin zu unficht dafür, hier rauszukommen. War doch jetzt. Du musst aber noch rechtsklicken. Er schreibt beim Spawn irgendwas hin. Ja, und? Ja. Wahrscheinlich was gegen uns. Ja, und... Er kann auch gar nicht schreiben. Ich hab mal in den Verzauber des Dierschweller dann nicht dabei, also... Na, also... Nein, er schreibt es quasi mit Erde. Oh mein Gott. Ja, du kannst es ja im Spawn... Ähm, Nico, kommst du? Ich find's immer noch lustig, wie schnell er wieder spawnt. Ich kann's ja nicht abbauen, das ist es ja. Hä, und wie kann das dann platzieren? Ich weiß nicht, der hat... Fuck, der hat OP, 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 werden wir gespawnt werden? Denn ich kann's, ich kann's nicht platzieren, aber er kann's platzieren. Man muss OP haben.